Ich bin ja nicht die ganz feierlich feier, weil ich ja da bleib' noch zu feiern bin. Das ist ja gut. Ja, die Kühe da. Aber auch jetzt mal unabhängig von euch, ne? Ja. Aber es waren die letzten Jahre über die Kühe, da waren wirklich die Randelgefeuille, ne? Das war auch nicht aus dem Thema wiedergeist, aber auch nicht von den Reihen, weil es nicht nachgemacht wurde. Ne, aber nicht. Das ist irgendwie so, das ist gar nicht dieses Verlitten, das man macht. Wie warst du das? Ja, ist klar. Und dann ist sie weg. Nein. Ja, ist klar. Wird hinterher wieder gebrüllt, ne? Oh, ja, ja. Aaaaaaah!